Ich impf mich, du sagtest, ich impf mich, sagtest, ich will den Stich. Doch du hast es übertrieben, Booster Nummer 7 war zu viel und nun bist du leider immer noch nicht viel gescheiter. Du bist halbtot und rufst weiter nach der Impfung, nach der Impfung. Ich impf mich, du sagtest, ich impf mich, sagtest, ich will den Stich. Doch du hast es übertrieben, Booster Nummer 7 war zu viel und nun bist du leider immer noch nicht viel gescheiter. Du bist halbtot und rufst weiter nach der Impfung, nach der Impfung. Ich impf mich, denn die Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden. Das ist ein Kino. Vielen Dank.